Mit der allertollste Döner-Mann. Für einen Döner, ey. Boah. Ja, ja, alles gut. Und der Fuchs, Fuchs, Fuchs. Alles gut. Kann man Döner hier selber herstellen? Der macht die Sau da Sinn. Der kotzt erst mal in der Ecke, der Polizist. Das hätte ich ja jetzt nicht gegessen, wa? Das sieht man doch schon. Und gucken Sie sich den Herrn nochmal an, wie der aussieht. So dreckig, speckig. Und das essen Sie noch? Ey, wollt ihr mal sehen, wie Döner mit Senf ausgekotzt aussieht? Nee, danke. Geh mal weg hier aus der Ecke. Das stinkt. Ii. Uiuiui. Really? Wir haben gerade ein Stück Ecke weh angezogen. Really? Ja. Wir haben gerade ein Stück Ecke weh angezogen. Und ein Stück Rückspiegel oder irgendwas. Stopp-Shield. 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 Zeigt. Bitte nicht dieses Ecke schauen. Ach, jetzt hat er das Stopp-Shield hingestellt. Das ist ja ekeler. Gucken Sie mal an. Nice. Hier auf der Decke auch. Das ist doch eklig. Das ist doch eklig. Warten Sie mal, der Herr. Ich glaube, ich habe da noch was für Sie. Das könnte helfen. Also diese... Guck mal, das schimmelt sich hier durchs ganze Vordach. Iiii. Das hat sich schon ausgebreitet. Wenn er wollte, würde ich dann gleich mal zum Cavalaflug fliegen. Mhm. Vielleicht dann noch nichts. Die müssen wir auch machen.